Hallo zusammen. Wie ihr seht, bin ich heute wieder alleine. Das liegt daran, dass wir noch ziemlich früh haben und der Tobi mit seiner Ausbildung noch beschäftigt ist und immer bis abends arbeiten muss. Deswegen bin ich wieder alleine unterwegs. Heute bin ich im Fitnessstudio unterwegs, bei uns im Sportraum, hier in Mainz. Wir haben heute einen Videodreh hier, weil die einen Imagefilm drehen. Da haben die gefragt, ob wir dann ein paar Gewichte durch die Gegend schmeißen können, haben wir natürlich ja gesagt. Hier mit an meiner Seite ist der Domi, das ist mein Fitnesscoach oder unser Fitnesscoach. Wir haben uns überlegt, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, bis der Kameramann kommt, machen wir noch ein bisschen was zum Krafttraining. Jawohl. Heute möchten wir euch unter anderem die zwei wichtigsten Übungen zeigen, um im Beachvolleyball mehr Leistung bringen zu können, hart und gesund zu bleiben. Die erste Grundaufgabe ist, so bleibt die Kniebeuge. Je mehr Kraft, desto höher springen ich im Handel, dass durch der der wenigstens Abdeckewelle rauskratzen, da kommt mehr Power in den Beinen. Wir werden uns nur noch die Kniebeugel demonstrieren, worauf wir achten müssen, wie die aussehen sollen. Wir noch einmal die Hand aufladen und brauchen Ausgaben. Wir haben so zwei, drei Aufgaben, die wir immer beachten wollen. Wir haben Schulterbreiten, damit ein Parallelstand, sortieren die Beine nach außen und auch ihre Hüft- und Drehmutter zeugen, was Hüft- und Knie stabilisiert. Wir lassen die Ellenboden unter der Hand permanent. Arbeiten so weit runter, bis der Oberschenkel die Wade berührt. Und zählen dabei am Untergegenwurst hier langsam. Einmal Hüftet reinsetzen und mit Kraft wiederum rausschieben. Noch drei, vier machen wieder. Mit der Kontrolle runter. Und mit letztem Bein. Kontrolle runter. Mit Kraft aufstellen. Jede Kniebeuge, egal wie schwer, sollte immer genauso aussehen. Die Wiederholungsaufgaben und Lastaufgaben hängen ab von dem Trainingszustand, von der aktuellen Wettkampfphase und kann somit variieren von schwerer Wiederholung bis hin zu zwei oder zehn Wiederholungen, wo es ja wirklich Kraft aufbauen geht. So, Nummer zwei ist neben viel Kraft im Beinbereich, dass die Schulter lang gesund bleibt, dass man nicht Drainier- oder Sport- oder Trainingspause hat, weil die Schultermerzt. Und dafür gibt es eine richtige Übung, das dann den Ruder zum Hals. Jonas kreppt einmal an die Kümmerle dran. Jetzt kommen die Kümmerle dran, das letzte Übungkörper komplett aufrichten, hier sieht man nach hinten. Das holt der Gerstfrau dann ganz aus, sichert das Schulterblatt und den Marketten rein rotiert und aufrichtet. Jetzt sieht nun die Hände an den Hals und die Hand komplett an den Kümmerle dran. Die Kümmerle dran, die Kümmerle dann auch so weit er kann, das wird man auskommen. Die Schulterblatt aushängen, die Schulter wieder sichern und Hand am Hals bekommen. Hier bauen wir in dieser Bekrank-Aufkulation möglichst viel Knapp auf, je mehr Kraft vorhanden ist, desto leichter kann ich ein Schlagbau entwickeln, desto länger bleibt die Kontaktion. Wiederholungsanzahlen hier aus der Oben ausarbeiten, der Errichtung 10 bis 12, 18 Arbeiten, hier gibt es nicht Maximalleister. So, mit meinem Krafttraining bin ich auch fertig und gleich geht es dann los an die ersten Aufnahmen. Wenn da hinten das eine Foto-Model dann schon fertig ist, dann bin ich auch mal in der Reihe. Gucken, was dabei rauskommt. So, da im Hintergrund seht ihr gerade auch schon das erste Video, da wie gerade ein paar Shots aufgenommen werden und das wird alles 20 Mal aufgenommen, irgendwann sieht es immer gut aus. Nicht so wie bei uns, wo egal, wie oft man das aufnimmt, dass es immer noch scheiße aussieht. Da es sportlich beim Team Brand-Heinhardt nicht so gut läuft, reiten wir uns jetzt auf den neuen Contest-Forum Strongman-Training. Und dann wiederholungsanzahlen. Und dann wiederholungsanzahlen. Und dann wiederholungsanzahlen. Bis zum nächsten Mal.